so hallo zusammen ich möchte euch ein bisschen blicke in günther seine vorbereitung zeigen wie das alles so funktioniert wir sind jetzt in seinem keller und wir haben vor verschiedene stöcke für die plakaten zu sägen und vorzubereiten und so sieht es aus das sind seine plakate ein teil davon sehen sie eine menge und hier ist seine seine sozusagen sein werkstatt stadt ja schaut euch mal was der alles hat eine richtige werkstatt so und hier diese gerippe für meine plakate sind verschmolzen im auto deshalb so krumm vielleicht kann man noch kurze stäbe daraus machen die für dich und hier sind für die nelly fünf sechs stäbe für demo plakate schon bereitgestellt und jetzt machen wir kürzere stäbe aus diesem guten leichten baumarkt material für nelly für ihre demo plakate und ich freue mich